Das kommende Album von Ruhe trägt den Titel Dödi Sav. Das Album erscheint voraussichtlich am 27. Januar über das Label Wife is Pain. Alle weiteren Informationen zu dieser Veröffentlichung, die Vorbestellungslinks und die Titelliste findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch in Zukunft immer über neue Veröffentlichungen informiert werden wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt.